Denken ist eine Sache, die mir sehr schwerfällt, die ich aber eigentlich sehr gerne tue. Also man muss immer mal wieder nachdenken, kann ich nur jedem empfehlen, liebe Fußballer. Mach ich sehr gerne, aber auch dann stellenweise zu oft und zu intensiv, was auch dann wiederum nicht unbedingt gut ist. Also viel ist ja nicht immer gut.